Wie wird Russland, egal wie der Krieg endet, am Ende des Krieges in die internationale Gemeinschaft zurückkehren? Was ist Ihre Meinung dazu? Bei Deutschland hat es Jahrzehnte gebraucht. Russland ist weiter Teil der internationalen Gemeinschaft. Ja klar, die haben jetzt irgendwie bei der Fußball-EM nicht mitmachen dürfen. Und wo wurden sie noch ausgeschlossen? Irgendwie Olympia oder sowas? Aber beim nächsten Mal sollen sie, glaube ich, schon wieder unter neutraler Flagge mit dabei sein. Sie halten gute Beziehungen zu mehreren anderen großen, bedeutenden Staaten. Indien, China haben sie beste Beziehungen zu beiden. Im globalen Süden, Brasilien, Halbafrika haben sie keinerlei Probleme mit. Das heißt, die Situation ist völlig anders. Der Westen wird tun, was er kann. Aber auch dort wird man wahrscheinlich es nach einer Weile ignorieren. Und genau daran ist natürlich die große Gefahr. Denn wenn es akzeptiert wird, dass Russland den Krieg führt und ihn gewonnen hat, dann sinkt der Anreiz, dann sinkt die Hemmnis, es Russland nachzumachen. Das ist ja die große Angst, die ich bei dem Ganzen habe. Die große Besorgnis. Also, die Botschaften sind alle weiter geöffnet. Dass man jetzt irgendwo ein paar, keine Fußballspiele macht und ein paar Sanktionen es gibt. Aber ich meine, Russland hat Produkte, die leicht zu verheimlichen sind und die benötigt sind, egal ob man Russland mag oder nicht. Wenn man Deutschland sanktioniert, dann kauft man keine BMW und keine Mercedes und keine VW, also die deutschen Autos und das tut der deutschen Wirtschaft richtig weh. Aber, weil man kann ja andere Autos kaufen. Es gibt ja genügend andere Autohersteller. Aber Öl und Gas braucht man und je billiger, desto besser. Und das ist ein Riesenbonus, den die Russen haben, der Sanktionen gegen sie ein gutes Stück weit weniger effektiv macht. Russland wird natürlich Nachwirkungen haben und es wird nicht eine Situation sein, wie es, was weiß ich, im Jahr 2000 war oder im Jahr 2002, wo Russland den USA Unterstützung zugesichert hat nach den Terroranschlägen vom 11. September. Das wird nicht vergleichbar sein, aber Russland, der Westen, ist weitgehend gescheitert, Russland in einem Maße zu isolieren, wie es wünschenswert gewesen wäre. Das müssen wir uns auch eingestehen, denn wir haben Veranstaltungen mit zahlreichen Entwicklungsländern, mit bedeutenden Entwicklungsländern, die keinerlei Probleme haben, mit Putin zu verkehren. Ich meine, wenn Modi nach Moskau fliegt, wenn sich ein Lula mit Putin trifft und Fotos machen lässt, mit Händen schütteln, das ist eine ganz andere Dimension, als es vergleichbar war mit Deutschland. Von daher befürchtest du, dass die Integration verhältnismäßig schneller geht. Und das wird natürlich auch wieder auf den Friedensschluss und die Folgen danach ankommen. Aber Russland hofft und geht davon aus, dass es damit durchkommt. Russland geht davon aus, dass es damit durchkommt und es ist auch nicht gänzlich unrealistisch. Das müssen wir offen sagen. Denn am Ende ist es so, dass man will, dass es wieder zu Alten zurückkehrt und man will wieder Autos nach Russland verkaufen. Und erneut, 2014 hätte jedem klar sein können, was kommt. Und das werde ich nicht aufhören, es ihm vorzuwerfen. Walter Steinmeier hat 2016 die Aufhebung aller Sanktionen gefordert. Wenn der Krieg im Jahr 2025 vorbei ist, dann wird es in Deutschland die ersten Politiker außerhalb von AfD, BSW und Linkspartei geben, die sagen wir mal im Jahr 2028 darüber nachdenken, doch nicht die Sanktionen zu lockern. Das wird nicht länger als zwei bis drei Jahre dauern. Das würde ich wetten. Dass aus den Parteien der Mitte, der Mitte, Mitte, Links, wie auch immer, wie wir halt die anderen Parteien, die nicht pro Russisch sind, dass aus denen die ersten Stimmen kommen werden, sollte man nicht die Sanktionen verringern, weil es halt dann wieder um Arbeitsplätze geht, um Steuereinnahmen und so weiter. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie doch mal vorbei auf dem Hauptkanal, wo es ursprünglich erschienen ist. Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Den Link dazu finden Sie hier in der Beschreibung.